So, bitteschön, jetzt müssen wir ein bisschen still sein, nicht? Ist ja jetzt Mittagsruhe im Gefängnis, ne? Ach, was meinen Sie, manchmal sind die Leute so unvernünftig. Moin, hatten wir noch so Abordnung-Politiker, nicht? Wollten Sie einen Kollegen hier besuchen und waren am Krach machen, am Randalieren. Ich sag, hören Sie mal, das ist ja ein Gefängnis. Sie benehmen sich, als wenn Sie hier zu Hause wären. Ich sag, müssen Sie schon mal der Hausordnung hier, nicht wahr? Nachrichten. Ich sag, ich kann auch nicht, wenn ihr Wahlversammlung habt, bei den Redner gehen und einfach Hosenträger abschnallen, Schnürsenkel raus. Ich sag, der wird schön gucken. Ist doch wahr. Ich meine, wir haben jetzt hier Bettruhe, ne? Und da haben die Herrschaften, die am Einsitzen sind, richtig Anspruch drauf. Weil das sind schließlich Menschen wie du und ich, ne? Auch wenn sie eingebuchtet sind. Das kann Ihnen morgen am Tag genauso passieren. Deshalb sagt auch unser Psychologe, der Dr. Sebastian, ist der Mann, der hier im Gefängnis das ganze Seelenleben unter sich hat. Der sagt immer, ein Verbrecher wäre ja gar kein Verbrecher oder, ne, also Verbrecher wohl, ne? Aber wäre kein schlechter Mensch oder auch nicht schlechter als unseren Direktor. Und sagt er, die wären eben nur krank mit den Nerven. Und dass wir von der Justiz da schon mal so wie Ärzte, müssten wir gucken, dass wir, äh, wie soll ich sagen, dass wir die da wieder am Gesundsein kriegen, ne? Diese Sachen, ne? Ja. Also, manchmal ist das gar nicht so einfach, ne? Gucken Sie mal hier, nur, äh, Zelle 95, ne? Das ist eine wunderbare Einzelzelle, natürlich mit drei Mann Belegung, ne? Das ist klar. Ja, da haben wir so einen mit so sittlichen Sachen, nicht? Aber sieh also wunderbar, wenn der Mann manchmal erzählt, ne? Und, äh, der ist ein 2,9 Promille Fahrer, ne? So ein, äh, 300 SE, nicht? Aber, was meinst du, den habe ich schon ganz klein gekriegt. Ehrlich. Ich sage, die Tage für meinen Kollegen, ich sage, was meinst du, wenn ich den hinterher mit meinem Gogo begegne, ne? Was der mir die Vorfahrt lässt, ja. Ja. Und, äh, dritte ist dann ein Politischer, nicht? Aber, also der Mann gefällt mir nicht, ne? Der ist den ganzen Tag am Resonieren und also richtig so ein quere Land ist satt, ne? Und sagt, da wäre eine Unverschämtheit, dass er hier mit die zwei anderen Subjekten zusammen wäre und verlangt er eine Einzelzelle dieser Sache, ne? Aber ich habe mir die Tage vorgeknöpft. Ich sage, hören Sie mal, ich sage, Sie sind ein kranker Mensch. Ich sage, vielleicht wissen Sie gar nicht, ne? Und Zelle 95 ist doch eine Einzelzelle. Sag, wenn Sie hier mit die zwei Herren zusammen liegen, ist doch besser als im Krankenhaus. Da kämen Sie nämlich in eine Waschküche oder am Gang zu stehen, nicht? Hinterher im Badezimmer. Dann ist aber schon dieser Exitus ganz schön über Ihren Haupte, nicht? Ja, ach, das hat mir dann doch wohl eingeleuchtet, ne? Da war er still. Ja, jetzt haben wir die Tage, haben wir ja noch einen vierten da rein, nicht? Ach, aber sieh, der Mann kann einem wirklich leid tun. Also, das ist so einer von den Fällen, was man im Gefängnis diese menschlichen Schicksale manchmal erlebt und das man gar nicht mittauschen möchte. Gucken Sie mal, den Mann, ne? Den ist vor sechs Wochen ist ne der Frau gestorben. Und genau den Sonntag drauf hat er in Lotto fünf richtige mit Zusatzzahl. Ja, ich meine, also schöner kann man sich das doch gar nicht wünschen, ne? Und er jetzt als Wittmann noch ganz gut dabei, ne? Wie manche Dame hätte den Mann jetzt offen gestanden. Nun war das aber so, der war 20 Jahre in einem Betrieb gewesen, wo sie ihn so richtig geknechtet haben. Er hat mir das erzählt, die ganze Schicht über Malochen und wenn er am Klo war, immer einer mit der Stoppuhr daneben, diese Sachen. Und deshalb war ihm das jetzt so richtig ein Herzensbedürfnis, dass er seinen Chef doch einmal wenigstens in der Fresse schlagen wollte, nicht? Weil menschlich kann man das, naja, ist verboten, nicht? Klar, das darf nicht sein, aber trotzdem, nicht? Verstehen kann man das schon. Naja, nun wollte er das natürlich so machen, dass er hinterher nicht am Karren könnte. Und dann hat er sich schön volllaufen lassen, bis er richtig schicker war und vor den Kollegen alles, nicht? Und dann hat er seine Tat da vollbracht mit einer Schreibtischgarnitur aus Marmor, die liegt jetzt hinten beim Staatsanwalt. Und hat er seinen Chef da Zifferblatt justiert und Nasenbein und Kiefer zerbrochen und der noch an der Prothese verschluckt vor Schreck, können Sie sich ja vorstellen, ne? Ja, und er jetzt? Aber ganz ruhig. Ich war bei der Polizei noch extra fest in diese Tüte geblasen, weil er dachte, je mehr Promille, desto mehr wäre das gut für seinen Paragraf 51-2, für diese mindere Zurechnung, was er da doch haben wollte. Und wie er hierher kam, auch ganz groß, sagt er, mir kann nichts passieren, weil ich ja die Zeugen habe, nicht? Ja, nun musste ich ihn aber da doch ganz schön, nicht wahr, seine Illusionen als Fachmann, ne, habe ich ihm gesagt, hören Sie mal, ich sage, Sie sind ja in ein Justizirrtum reingefallen. Ich sage, weil der 51-2, der passt ja gar nicht auf Ihnen. Ne, ich sage, das ist 330a, Vollrausch, mit Vorsatz und also strafbar. Ja, sicher, ich sage, ich meine, Sie haben das gar nicht schlecht angefangen, aber wie Sie sich haben volllaufen lassen, da hätten Sie nicht an die Fresse von Ihrem Chef beidenken dürfen. Ich sage, das war der große Fehler. Nicht hätten Sie im Gegenteil, also vielleicht vor Zeugen, dass Sie gesagt hätten, bitteschön hier, ihr guckt mal her, ich will mir jetzt ganz schön einen verlöten, aber weise ausdrücklich darauf hin, dass ich nicht etwa hinterher den Chef da demolieren will. Dann hätten Sie das Alibi, nicht? Und die Zeugen, dann wäre das, ne? Ich meine, wenn man so schöne Sachen vorhat, dann kann man doch vorher mal im Estregebé, nicht? Diese Maschen informieren, nicht? Dann wäre so ein Kunstfehler doch nicht unterlaufen. Ja, jetzt hat er richtig geweint eben. Ich sagte gerade, wo das Dolce Vita losgehen sollte, sitzt er jetzt, ne? Haben sie nur eingesponnen. Also, ich kann das verstehen. Ehrlich, wenn der Mann das Leben im Gefängnis wirklich keine Freude macht. Ehrlich, wenn der Mann das Leben im Gefängnis wirklich keine Freude macht.